So, servus. Ich bin Sven, oder auch VfB-Memes. Unter dem Namen kennt man mich wahrscheinlich eher, nämlich den von meiner Instagram-Seite. Und jetzt halt auch den von YouTube. Auf Instagram habe ich das Format The Journey mit Leon Dayaku postet. Das ist schon ein VfB-Talent. Und das kam wirklich sehr gut an und da haben mich viele gefragt, hey, warum postest du das eigentlich nicht auf YouTube? Und jetzt habe ich mich also dazu entschlossen, eurem Vorschlag dann nachzugehen und das Projekt auf YouTube zu posten. Wie gesagt, es wird hauptsächlich auf diesem Kanal kommen. Aber es kann auch sein, dass man das ein oder andere Ultimate Team Video hier auftaucht. Also nicht wundern. Und, jo, ich denke, dass circa alle zwei Wochen ein Video kommen wird. Weil bei mir eben Qualität statt Quantität gilt. Und, jo, freue mich jetzt einfach auf eine geile Zeit hier mit euch. Habe mich jetzt so echt zusammenreißen müssen, um Hochdeutsch mit euch zu reden. Und es wäre auf jeden Fall korrekt, wenn ihr schon mal den Kanal abonniert. Und, jo, haut rein. Und, jo, haut rein. Vielen Dank.